Hi Leute, herzlich willkommen zu einem Video von mir. Und heute spielen wir ein Projekt mit einem anderen Typen. Ähm, und zwar Waro. Und hi. Hi. Okay, also so unser Plan ist erstmal wegzulaufen. Ich glaube wir haben nämlich jetzt am Anfang so eine Schutzzeit eingestellt, weil das sonst bisschen ungefähr werden könnte. Okay. Kommst du? Okay, ja, ja. Okay. Okay. Okay, ja, bauen wir das einfach schnell ab. Ja, nur so schnell zu mitnehmen. Okay, laufen wir weiter. Lauf weiter. Nur, dass wir jetzt ganz schnell was zum kraften haben dann. Okay. Okay, das wird jetzt lustig. Weil, schau dir mal die Map an. Ach du kacke, das ist ja Wasser. Ähm, gehen wir da rüber, einfach so in die Höhle rein. Ja, ja. Wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen aber Tiere einfach, weil wir können ohne Essen nirgends hingehen. Okay, warte, wir machen jetzt kurz, ähm, Steinschwerter oder sowas direkt, oder? Kannst du mir Holz geben, deins? Und pass mir, passt einfach auf, okay? Ja. Ja. Ich hoffe, ich habe die Aufnahmedreste gedrückt. Ja, das wäre sonst kacke. Oh, das ist schon einer weg. Okay. Passt du auf, dass einer da ist? Ja, ja, ich sneak schon. Hä? Warum legt es bei mir so? Okay. Wir haben Steinschwerter. Warte, wo bist du? Ja. Hier, okay. Nimm Steinschwerter mit. Ja, okay. Wir müssen jetzt sowieso Holz abbauen noch. Ist doch klar, dass jeder in der Wald da drüben geht. Ja, ich brauche gleich diesen Baum ab. Okay, ich pass auf. Na, schade, dass hier keine Tiere sind. Wir müssen sowieso in einem Wald, dann glaube ich, reinlaufen, weil sonst wird's nicht. Hier ist es gelät, das ist nicht gut. Soll ich den ganzen Baum, oder? Ja, nimm mal mit. Nimm mal viel Holz mit. Sollen wir dann in der Cape, oder? Nein, wir müssen das Essen finden, sonst verrecken wäre ein Hunger gleich. Das ist falsch. Das wäre der Lustigste. Ja, hat schon immer geschafft. Warte, kann man sich eigentlich schlagen? Nein, okay. Ähm, jetzt müssen wir schnell den Q-Tiere suchen und dann einfach runter. Ja, aber ich kannst du nicht spielen, weil mir lagts. Ja, okay, sind keine Ahnung. Ich passe auf, so gut wie möglich. Das ist auch lustig. Ja, ach, da ist eine Q, das ist gut. Ja, die ist ein Baum rum. Na, okay. WTF, ich hab dich verloren. Ja. Warte, ich bin beim Baum. Wir müssen hier einfach schnell Holz finden. Ah, nicht Holz, äh, Tiere. Äh, äh, Tiere. Leif schon mal ein gutes. Mach's nicht kein Holz. Ja, hier ist kein Holz. Wo ist das Holz? Nein, aber wir brauchen Tiere. Äh, das ist ein Schneebier. Oh, Leute, da ist einer. Das sind zwei Leute, okay. Okay. Ja, gut. Ja, hier unten irgendwo. Lauf. Leute, okay. Achtung, pass auf. Warte, ich kann kurz. Ja. Ich kann nicht mehr sprechen. Oh Gott, dann hätte ich sie geben sollen. Fuck. Oh ne. Wir müssen irgendwo schnell ein Tier finden. Sie kommen hoch. Sie kommen hoch. Sie kommen hoch. Ja. Ja, wir müssen sie... Warte. Okay. Ja, aber... Okay, perfekt. Warte. Ja, egal. Hauptsache, du hast das, was, was, was ist. Ja, okay. Wir müssen dann hier rüber laufen, weil hier ist es direkt Leder. Wir müssen dann einfach noch kurz schauen, dass wir, ähm, Zuckerroof haben oder so. Also hier erstmal kurz weggehen, weil, ja. Wir müssen jetzt essen. Ja, keine Ahnung. Äh, Schnurr sprinten ist eigentlich besser. Wir schwimmen da jetzt kurz drüber einfach und schauen, dass wir... Da sind keine. Schau dich um vorher. Ja. Nein, okay. Hier sind, glaube ich, keine. Okay, das war nach. Ich habe vergessen zu klatschen. Ja, ist egal. Warte, wo ist hier das Zuckerroof? Ich habe hier irgendwo was gesehen. Oh, nein, das ist da hinten. Ach Gott, aber das ist nur eins. Okay. Ja, aber... Weiß nicht, wenn wir irgendwo was finden. Wir schauen... Ich habe hier was gesehen. Ach, hier. Ja, genau. Hier ist noch Zuckerroof. Da vorne sind welche. Genau, das brauchen wir jetzt noch. Da ist noch mehr Zuckerroof. Das ist gut. Wir holen dann... Gehst du rechts, oder? Ja, wir gehen beide, glaube ich, hier. Weil, wenn hier keiner kommt... Hier, hierher kommen wir, ist kacke. Ja, aber in der Aufnahme wird man das so sehen. Wenn mir Leck ist so hart. Ja, okay. Hier war, glaube ich, sogar jemand, weil hier ist ein Zuckerroof weg. Bist du jetzt da rüber gelaufen? Warte, komm lieber... Hier. Okay, wir sollten jetzt... Hast du... Wie viel Holz hast du jetzt? Sieben. Okay, ja, wir gehen jetzt erstmal runter und holen... Es fahren jetzt ein bisschen. Ey, ich habe nur vier Essen. Ja, ja, ich habe fünf und so. Wir müssen sowieso nächste Folge noch mal hochgehen und alles. Aber wir holen jetzt nur mal... Essen, braten und dann... Ja. Warte, hier kann man noch mal rein... Keine Ahnung. Warte, ich bin hier... Kannst du eine Werkwünsche machen? Ja, genau. Ja, hab schon. Ja, okay, warte, ich mache... Ich mache erstmal einen Ofen, dass wir erstmal Essen braten können. Ja, das ist eine Spitzhacke, dass ich mir... Achso, nee, hier. Nein, ich habe noch kein Steinspitzhacke. Ich muss erstmal Kohler abbauen. Ja, dann gib mir drei Steine. Ja, warte, ich mache erst mal eine Steinspitzhacke und mach das dann. Äh... Warte, hier. Okay. Ja, okay, warte, hier war eh irgendwo cool, oder? Ja, hier ist cool. Also, warte, wir sollen jetzt liegen. Okay, ich habe jetzt drei Kohle abgebaut. Pack da erstmal Essen rein, einfach. Warte, oder? Ich packe Essen rein, ich habe... Ja, okay, gut, wir haben viel davon eigentlich. Warte, ich baue hier gleich Eiser... Oh, ich sehe hier mal gewesen. Nee, ich glaube. Baust du ab? Ja, oder? Okay, aber ich habe hier, glaube ich, einen Namen gesehen. Das sehen wir spätestens. Danke. Oder jetzt, ja. Mach... Hast du... Kannst du den zweiten Ofen machen? Ja. Okay, warte, ich esse kurz das... Hammelfleisch, dass ich halt nicht gleich auf Ding runtergehe. Ich habe weggeessen. Warte, nimm dir du den nächsten drei raus, oder so. Ja. Also, ich weiß nicht, was ich machen soll, wie mir legt es so. Ja. Keine Ahnung, wir müssen sowieso, glaube ich, hier wieder raus. Wir müssen so ein bisschen Eis und wir ja schon mal fahren. Okay, hier, weil es jetzt kack wird, niemand drunter springen. Du bist hier hinten. Soll ich hier hinten? Ja, bitte fahren wir noch ab. Ich fühle mich hier sowieso so unsicher. Ist ja schön, wenn wir in die Höhle weiter reingehen würden. Ja, dann schauen wir mal, wie wir das für einen zweiten Aufnehmen eigentlich machen. Wann und wie und so. Ja, ich muss die faste fragen, weil... Ja, man kann eigentlich direkt wieder aufnehmen eigentlich. Aber wir müssen schauen. Ich will nicht mehr, okay. Ist auch gut. Ja, okay, warte, ich packe schon mal Eisen rein. Hast du Kohle? Kannst du Kohle reinpacken? Ja. Wir haben halt drei Bücher schon mal. Wir müssen dann nachher in der nächsten Folge noch mal schauen. Oder so, keine Ahnung, wenn wir halt jetzt so ein bisschen Eis... Was können wir machen aus 16? Zweimal Eisenbrustpanzer, oder? Ja. Eigentlich schon, ja. Ja, oder Eisenschwerte. Hast du Essen? Ne. Okay, warte, dann gebe ich dir hier die Hälfte. Hier hinter dir liegt die Hälfte. Okay, ähm, hinter dir. Ja. Ähm, was wärs, wenn wir jetzt... Okay, was können wir da machen? Zweifeln, vier weg. Ja, bauen wir uns da mal runter, oder so viel Eisen? Äh, nein, wir müssen jetzt sowieso dann hoch gleich. Es wird keiner... Ja, weil wir müssen, äh, die Sachen farmen, was es gibt, was wir alles noch brauchen gleich. Eigentlich. Weil, und wir haben nicht genug Holz und nicht genug Essen, weil sonst könnte das ein großes Problem werden. Ich nehme das Eisen mal raus. Ja, okay, warte, hier ist noch ein Eisen. Mach mal jetzt zwei Eisenschwerter. Warte, was können wir aus 14 Eisen noch machen? Das wären halt jeweils ein Teil weniger. Mach mir zwei Helme dann noch. Warte, wir können es aufteilen. Hast du ein Eisenschwerter für mich und für dich, oder? Okay. Ja. Ja. Ist das so. Ich werde übrigens auch so, ähm, das Take-Shot-Pick noch wechseln. Aber ich habe das auch schnell genommen, weil ich habe, ich habe keinen anderes jetzt gerade gehabt. Ja, wenn ich das erste genommen habe. Ähm. Ja, das von, äh, Winnie. Und ich würde gerne einfach so ein normales nehmen. Warte, ich mache mir schon mal einen ersten Helm, okay? Ja. Oder können wir nicht, wir können sogar eine Hose machen, glaube ich, oder? Warte, ich mache mal einen Helm, haben wir sowieso. Ähm, dann haben wir noch zwei, dann noch einen, sind sechs. Oh, ich bin ein Zombie. Ich war auch. Okay, warte, ich habe den Helm gemacht. Er draußen ist nach. Okay, ja. Warte, hinter dir, und den Helm habe ich für dich. Achso, warte, ich habe ihn wieder aufgesammelt. Hinter dir. Äh, okay. Gut, wir müssen irgendwie trotzdem was holen. Wir müssen jetzt, glaube ich, irgendwie hochgehen, weil sonst haben wir kein Essen, dann. Ja, wie mir leckt, so. Gefahr ist zu groß, dass ich sterbe. Ja, okay, nein, ich passe schon auf. Oh Gott. Okay, ich sehe, warte. Okay. Warte, ich komme auch raus. Ja, wir müssen jetzt irgendwie so schauen, dass wir weiterkommst, dass ich sterne. Ja, komm, wir gehen einfach mal Richtung des Zuckers und alles. Ja, wir müssen halt irgendwie hoch, weil wir haben nicht so viel Essen. Ja, das müssen wir auch so gut. So ganz leckfrei ist es auch nicht halt. Warte, wie läuft das? Ja, aber bei mir, glaube ich, trotzdem. Äh, bei mir wird nicht so viel, glaube ich. Ja, egal, das... Wir müssen ja mal schnell in die Essen finden und dann... Das Zucker hat sich von selbst abge... Äh... Okay, Zucker hackt. Irgendwie legt es über. Ich glaube auch. Warte, wir müssen hier schauen, ob wir, ähm... irgendwo schnell Tiere finden. Und ich ist da aber auch hoffentlich leck ich mich nicht rein. Ja, das wäre, das wäre witzig. Das wäre dann traurig. Oh Gott, da ist ein Mini-Zombie, wie ich jetzt noch weiter. Ja, ich werde auch nie zurückgepackt, oder so. Ich sehe nur dich, immer. Ja, dann leck ich es über dir. Das ist so. Ja, keine Ahnung, das ist ein anderes Problem, aber glaube ich. Oh Gott, nein, nein. Bis auch Mini-Zombie. Okay. Hat der dann noch Aufnahmezeitung, oder? Äh, was? Wie? Achso, wir werden ja auch dann gleich gekickt, aber wir müssen schauen, dass wir schnell... Oh, keine Ahnung, auch wie blöd das klingt. Achso. Keine Ahnung, der muss dann halt wieder reconnecten. Äh, schau mal, ob du rote Pilze oder so findest. Achso, hier ist es hier, das ist gut. Ist halt wirklich so, dass es keiner heroben ist, das ist das Gute. So haben wir eher auf die... Warte, wo bist du bis im Wald drin? Ja. Ja, okay, warte, hier, ich sehe ich schon wieder. Wir müssen halt noch immer Essen finden, zu Tiere. Okay, jetzt... Warte. Komm, lass einfach rüber schwimmen kurz. Ja, hier ist ein Hase, ist ein Hase. Ja, gut, Hassen. Achso, hier sind noch mal Hüter, perfekt. Ja, drop, natürlich nur Rebbit. Was, was, Rebbit? Ich erwarte hier, äh, gehst du auf, kannst du auf die Freifliche rüber gehen? Freifliche? Über, über das Wasser? Ja, über das Wasser. Ich will das sowieso irgendwie hin, weil ich glaube, dass hier mehr Tiere sein können. Ja, bin hier. Okay, es ist, ja okay, das wies mich auch. Wahrscheinlich haben schon tausend Leute irgendwie so gesehen, alles und... aber... Sie kriegen es sowieso nicht mehr hin. Okay, das sind noch Schafe. Ich bin froh, dass wir aber die Zeit zu... daneben dran stehen haben. Ja, das ist... Ja, es sind richtig viele Schafe, das ist gut. Ja, wir haben übrigens auch drei Bücher, so, wenn wir wirklich dann nächste Folge... mit Charter zu finden. Ja, können wir schon. Ja, wenn's bei dir halt nicht zu lenken würde. Ja, wir können das noch schauen, bis zur nächsten Folge dann. Schau übrigens an Bohnen, ob die Namen wären oder so, oder ob die jetzt... so... kommen. Das ist gut. Okay, das Ding ist... Wie... Wie weit weg? Okay, ich habe 16 Fleisch. Ja, okay, komm, jetzt können wir dann eine Höhle suchen kurz. Warte kurz. Oh, lol. Creeper leckt. Oh Gott, der hat gelegt. Ja, egal, lauf in die Höhle rein. Einmal in die Höhle da rein. Hast du... Warte, wie viel Holz hast du? Äh, 22. Okay, das geht. Ja, ja, trotzdem. Das geht. Äh... Ja, okay, gut. Äh, egal. Wir gehen das da mal runtergraben, weil... Wir haben jetzt genug Essen. Wir haben das Holz jetzt. Das geht sich aus, wenn wir halt sparen und dann... Ja, warte, geh ein bisschen von mir weg. Ja, klar. Ich glaube, wir haben nicht so... Weiß ihn nicht. Aber wir brauchen halt das Essen halt. Das brauchen die dann... Müssen die nachher dann holen. Noch eine Minute. Ja, wir können dann nachher eh aufnehmen nochmal. Nachdem wir halt das geklärt haben kurz dann. Ja, aber wann dürfen wir überhaupt immer aufnehmen? Warte. Ich muss keine Daten ausblenden, das muss keine Ahnung. Aber ich muss jetzt aufmachen. Achso, warte, ich kann mich jetzt schneller runter. Okay, so. Ähm, du kannst einfach runterspringen. Du bekommst da keinen Fallschaden. Solange du halt irgendwie... Ja. Ähm, spring da runter, wenn ich weitergebracht hab dann bitte. Ja, aber wenigstens haben wir überliebt. Ja, das ist schon mal gut. Hätte ich nicht so erwartet irgendwie, weil... Vor allem, wie wir die Leute gesehen haben, keine Ahnung. Ja. Einer schon. Okay, warte die Kohle, nehme ich kurz mit. Warte kurz noch, wenn du runter springst. Ah, hier ist auch Eisen dahinter, das ist gut. Ja, das ist gut. Ich brauche hinter uns mal kurz. Ja, äh... Lol. Okay, geht auch. Warte zwölf Stunden. Ich habe meine Ehre bekommen. Da steht, deine Zeit ist vorbei. Warte zwölf Stunden, bis du wieder spielen darfst. Was? Ich dachte, wir hätten das mit, ähm... WTF? Bei mir stand ein Fatal-Error. Okay. Ja, keine Ahnung, aber da stehen jetzt zwölf Stunden bei mir. Können wir nicht irgendwie wieder vorproduzieren dann? Ja. Da kann man ja nie vorproduzieren. Ja, okay, ich frage ihn dann noch.